Diese Baul ist der perfekte Immunbooster für den Herbst. Kocht Beluga-Linsen in ausreichend Salzwassergar. Schneidet den geräucherten Tofu-Würfel und Brötchen in wenig Öl in der Pfanne an. Schnappt den Blumenkohl und brennt ihn dazu in die Rösel. Mariniere ihn mit Tandoori-Gewürz, Salz und Rapsöl. Mischt den Blumenkohl gut und verteile ihn auf ein Bachblech. Mariniere Kürbiswürfel ebenfalls mit Salz, Pfeffer und Rapsöl und lege ihn neben dem Blumenkohl aufs Bachblech. Bach beides für etwa 15-20 Minuten bei 200 Grad. Ergänzt Baul mit Nüssli-Salat oder Grünkohl, Granatapfelkernen, Frühlingszwiebeln sowie Peperoncini.